wir spielen heute nicht gegen den keyresser nein wir legen uns heute mit dem basti aber an ali hallo mein lieber ein bisschen zu spät aufgenommen aber das ist egal dann wird das halt einfach rausgekattet genau genau so jetzt vergesse ich auch noch das boosten ihr freunde na ja wir spielen übrigens eins gegen eins wie man sehen kann ich bin ich bin ein zweiter gegner ja richtig du bist mein zweiter gegner das ist schon zweimal gegen den bruder gespielt genau in den killer club dann wie habt ihr das zweite mal gespielt das zweite mal das will ich jetzt gar nicht mehr so fahren weil du die folge zu dem zeitpunkt noch gar nicht geguckt hast ja das ist egal ich hab gnadenlos genau das also zwar auch hier im spiel steht 20 mann ich komme absolut nicht ins spiel kommt er nicht mehr hat ja das ist ja nicht schlimm ja wohl geht doch man muss nur wollen auf jeden fall vor allem bei dem spiel ne ja hier kann ja alles passieren haben wir auch in dem da kommt der geht rein oh der war glücklich haben wir auch in dem stream gemerkt oh ja ich weiß nicht ob das gegen dich war ich glaube du lagst 3 0 vorne und letztendlich haben wir 5 4 gespielt ja das war bei mir also ja ich habe 5 4 gewonnen ja irgendwie ist anfangsphase dann immer so stark bei mir und dann dass ich so ein bisschen nach das war auch in den killracer dann im zweiten spiel so hatte ich dann aber das quenntchen glück nicht auf meiner seite das spiel ist auch irgendwie reine konzentration das war kacke ja und wir spielen sogar noch nebenbei oh da hast du gepennt da hast du gepennt ja ein bisschen du lass dich da nicht verquatschen mein lieber ja 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 gut wir beide sind sowieso die Quatschtanten hoch 10 ne ja ja die besten sind wir jetzt auch nicht ne also Qualität kriegt man hier nicht aber naja gut Spaß kriegt man hier geboten ein bisschen what a play hast du den Ton eigentlich an vom spiel ja ne ne ich kann ja nicht den Ton hören wenn ich ja hier das Gott drin bin stimmt warum hast du denn du eigentlich die die ansage dann gemacht hä ja du hast doch grad gesagt ja herzlich willkommen weil das ja auf mein kanal hochgeladen wird freunde ah ok ok genau freunde die folge ihr seht jetzt zwar aus plastiksperspektive aber die folge wird bei mir hochgeladen andersrum leite ich denn auch meine perspektive bei ihm hoch also schaut da auf jeden fall vorbei link ist natürlich unten in der Beschreibung willkommen die Richtung genau aber natürlich nicht nur von uns bei warten Nein! Hat schon wieder noch vorbei! Die Links sind natürlich nicht nur von uns beiden in der Beschreibung, sondern auch von den anderen, von dem ganzen Team. Oh ja. Wir erzählen die jetzt mal nicht auf, weil ich das ja anvergessen. Ach, bei mir sind das jetzt so viele. Ja, dann sag mal... Bei World of Warships ist der liebe Bett auf jeden Fall immer dabei, wenn er kann. Und... Jetzt hab ich mich verquatscht. Und dann natürlich auch meine Freunde, die Zockerke und die Kay und hier Bastis Wenigkeit. Das ist so das Team momentan. Nein, genau. Bei mir ist er nur... Oh Gott! Äh, da war schon so... Ich hab einen Herzinfarkt gehabt. Genau, bei mir bist du das und die Kay. Genau. Na gut, aber es ist ja nichts mit meiner Freundin zusammen. Äh, ne. Richtig. Äh... Ey. Hier geblieben. Boah. Ja. Okay. Qualitäts-Content. Auf jeden Fall hier. Der Ball kommt aber dahin. Oh ne. Komm. Oh, ich verpasse den Ball. Äh... Nein. So, da kommt's irgendwie nicht vorbei. Ah, scheiße. Da war der Crash entscheidend. Oh, ja. Dafür hab ich das Gegenteil jetzt eigentlich verdient. Oh. Aber er nutzt die Chance nicht. Ja, und dafür krieg ich einen rein. Oh, das ist doch so wieder typisch, ne. Ja. Ja, Fehler sind, äh... Und dann kann... Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Aber ich merke gerade, dass wir unterschiedliche an Anfang boosten. Und ich meine, ich booste zum Schluss, ähm, beziehungsweise an Anfang und... Und dann... Oh. Spring ich und du springst gleich an Anfang. Äh, ja. Das hat aber eigentlich keinen Unterschied, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, wir machen zwar dasselbe, nur in einer anderen Reihenfolge, ne? Äh, ja. Weg da. Na, ich leck ihn ins eigene Tor, oder? Oh, ne, 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 ne. War Hungertorferweiber Strecke, ey. Ja. Ja, ich glaube, dass das Ergebnis ist klar, das heißt, die erste Runde hier gewinnt. Boah. Ja? Hab ich so hochgesprungen. Oh, ne. Oh, gerade doch so, 7 zu 3, Freunde, das ist hier in Abfertigung, ey. das war im Turnier dann aber ein bisschen anders ja ja obwohl es ist knapp geworden okay 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 erste Runde geht an den lieben Basti-Freunde auf jeden Fall wir sehen uns gleich in Runde Nr. 2 widerlegt ist auf jeden Fall Revanche bis gleich Freunde zweite Runde erste Runde ging an mich was? an dich doch was? du hast gerade an mich gesagt nicht an dich ne ne ich hab gesagt an mich achso gut ich hab das gerade falsch verstanden dann tut es mir leid dann hab ich das falsch verstanden passiert noo ich konnte es denn wieder nicht nutzen oooohh mann ich hasse es wenn ich mich verschätze einmal im Kreis gefahren einmal im Kreis gefahren ja ich verschätze mich da ey ich verschätze dich da jedes Mal ey egal scheiße geht es mal voll naja das darf man nicht denken naja da geht deutlich daneben und ich haus da blöd boah nur dann dann dich so doof und bremst komplett runter auf Null ey das ist so ne kacke na gut eine Minute ab wie wir noch Zeit zack komplett abgebremst ok ja gut ich bekommen hätte ich ihn glaube ich sowieso nicht aber na sag niemals nie na gut das stimmt vor allem in dem Spiel ja komm mach ihn rein da muss ich ja irgendwie ne ja schön muss ich ja irgendwie aus Hera wenn ich den jetzt rein gemacht hätte dann hätte ich mich schämen können ey oooohh ja da so dezent uuuhh 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 oh man warum rase jemand den band vorbei das ist doch so eine scheiße ja das wirklich jedes mal immer millimeter ist natürlich blöd nur vorjahr rückwärts ich Idiot er ist da geblieben wäre drin gewesen zurück es dauert immer solange ich war jedes mal die hinterher jedes mal ich springe und dann brauchte immer ewigkeiten bis er sich landet das ist dann das zu meinen weiten vorsprung jetzt nicht wieder mit den tasten durch das ist antizipieren ja nie ist klar kennst du doch kannst du auch aus dem fußball wo wir gerade bei fußball sind verfolgst du die wm eigentlich nur die deutschland spiele bin ich ehrlich ja erst die anderen spiele also ich bin heute genau ich bin heute gegen frankreich dann müssen die leute jetzt auch wann wir das auch gelesen dass es jetzt irgendwie im free tv läuft also erste zweite glaube ich das weiß ich nicht was soll ich jetzt schon wieder nicht ganz sicher nein ein werkstub freunde da merkt man die erfahrung fehlt definitiv in dem spiel wenn du würdest du gut auf warships reinkommen ich glaube da würde es doch da stehen ja richtig und ich könnte jetzt auch nicht alles auswendig sagen aber das sieht golden aus freunde der sieht golden aus es ist nicht alles gold was glänzt ich merke schon jetzt sind es aber deren tor gemacht hier die betreffend auch und dann muss ich zu früh ist ja wieder aber ich möchte von der erfahrung und auch irgendwie Pech. Man hat kein Glück und Pech kommt noch dazu. Äh, ja. Ey. Wie lange spielst du das Spiel jetzt? Vielleicht einen Monat? Ja. Wie lange du? Das wird gerade ein paar Jahre. Äh, ich habe keine Ahnung. Mit Unterbrechung oder ohne? Ich meine, insgesamt Zeit und da hole ich mir das Ding auch noch selber rein, ey. Man, man, man. Keine Ahnung. Eine Abreitung. Das Ding ist, im Spiel selber habe ich über 100 Stunden, aber das sagt nichts aus, weil ich meistens eher so Bot-Spielen und sowas gemacht habe. Ja, aber trotzdem, ne. Auf jeden Fall Glückwunsch an Basti, dass er hier so hochgewählt hat, dass hier eine Astral-Lehrstunde gegeben hat, ne. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance, wie man sagen würde, man ist gnadenlos untergegangen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Basti. Danke, danke. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, Freunde. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.